Du machst YouTube-Videos oder Livestreams mit Facecam und du merkst jetzt oder deinen Zuschauern fällt es vielleicht auf, dass dein Bild und Ton asynchron ist. Das ist vor allem beim Zuschauen sehr schnell sehr, sehr anstrengend und es gibt im OBS zwei Probleme, die da tatsächlich auftreten können, wenn du eine Facecam und ein Mikrofon eingestellt hast. Problem Nummer eins ist die Bildverzögerung. Sprich, dein Ton ist schon da, du sprichst schon, deine Zuschauer hören dich, aber dein Bild setzt erst ein paar Millisekunden später ein. Und Problem Nummer zwei ist, dass der Ton verzögert ist. Das ist genau der umgedrehte Fall, nämlich, dass in diesem Fall sich deine Lippen schon bewegen, du sprichst offensichtlich schon, aber der Ton setzt einfach einige Zeit später ein und ist damit auch asynchron. Und ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie du das in OBS recht simpel beheben kannst. Du kannst einen relativ einfachen Test machen, ob du asynchron bist. Das heißt, du nimmst einfach einmal ein Video davon auf, wie du klatscht. Einmal so und das Ganze hast du jetzt aufgenommen und lässt das einfach in der Slowmotion abspielen und dann siehst du ziemlich gut, ob dein Ton vor oder nach deiner Klatschbewegung kommt. Und wir wollen uns jetzt einmal gleich Problem Nummer eins widmen, das heißt der Bildverzögerung. Also sprich, dein Ton würde in diesem Fall vor dem Klatschen kommen. Das würde so aussehen. So, um das zu beheben, wechseln wir einmal ins OBS und jetzt gehst du in deinem Audio-Mixer hier auf das Zahnrädchen und klickst auf erweiterte Audio-Eigenschaften. Und hier hast du jetzt deinen Synchronisationsausgleich. Ich habe auf meinem Mikrofon prinzipiell schon 110 Millisekunden drauf. Ich habe jetzt gerade für dieses Video ein Delay von 500 Millisekunden noch eingebaut. Das heißt, ich addiere das einmal und packe mir hier 610 Millisekunden drauf. Und jetzt ist das Ganze gespeichert und jetzt ist mein Ton auch wieder synchron. Wechseln wir einmal in das Chatting, jetzt sieht man das Ganze auch nochmal besser, dass Bild und Ton jetzt wieder schön synchron zueinander laufen. Kommen wir nun zu Problem Nummer zwei der Tonverzögerung. Und das würde beim Klatschen so aussehen. Und auch dafür wechseln wir einmal wieder ins OBS. Und diesmal gehst du auf deine Kamera und wählst mit Rechtsklick einmal die Filter aus. Und jetzt wählst du dir hier oben den Video-Verzögerungsfilter aus. Ganz wichtig, bei Audio und Video hinterlegst du das. Also einmal hier auf das Plus, Video-Verzögerung. Ich habe den jetzt hier schon drin. Und dann, ich habe wieder mein Delay von 500 Millisekunden eingebaut. Gebe ich jetzt einfach hier die 500 ein. Es kommt kurz ein Stocken auch. Einmal schließen und jetzt ist Bild und Ton auch hier wieder synchron. Wechseln wir einmal in die Chatting-Szene. Jetzt sieht man hier nochmal schön, Bild und Ton ist wieder wunderbar synchron zueinander. So wie es sein soll. Jetzt weißt du, wie du beide Probleme relativ einfach löst. Ich sage extra relativ, weil natürlich diese Geschichte mit diesen Millisekunden, in welche Richtung das geht und wie viel man einstellen muss, da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren und spielen. Ich kann dir noch den Tipp mit an die Hand geben. Ich habe, wie gesagt, vom Klatschen diese Videoaufnahme gemacht und habe das in DaVinci Resolve einmal reingepackt. DaVinci Resolve ist ein kostenloses Videoschnittprogramm, was ich dir generell empfehlen kann, wenn du nach sowas suchst. Und du kannst dort die Bild- und die Tonspur voneinander entkoppeln und kannst dann den Ton einfach nach links und rechts schieben. Das heißt, du kannst einmal schauen, wo treffen deine Hände im Video aufeinander und wo ist der Ton dafür und schiebst dir den Ton dann dafür da drunter. Du kannst das Ganze in einer Slow-Mow machen, dass du das schön gut anpassen kannst und dann zeigt dir DaVinci Resolve in dieser Tonspur auch an, wie viel Millisekunden oder Sekunden du das nach links oder rechts verschoben hast, sodass du das gut als Ansatzpunkt nehmen kannst für deine Einstellung im OBS. Das war's zum Thema Video und Ton ist Asynchron. Das reimt sich, was sich reimt, ist immer gut, bis auf in diesem Fall, weil das soll nicht asynchron sein, aber jetzt weißt du ja, wie du das Ganze behebst. Wenn dir das Video gefallen hat oder geholfen hat, lass gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und wenn du Bock hast, schau auch sehr gerne meinen Twitch-Streams mal vorbei. Ich stream immer mittwochs um 19 Uhr, freitags um 17 Uhr und sonntags um 16 Uhr 42. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Dog is out. Ciao.